Mein Name ist Bernd Schneider, ich bin fünffacher DTM Champion und bin Markenbotschafter von AMG Mercedes. Heute bin ich im Mercedes-Benz Museum, um das neue Spiel Gran Turismo 5 zu testen. Es ist für mich faszinierend zu sehen, dass die Nordschreife absolut eins zu eins auf dem Bildschirm ist, dass jeder Curb und jeder Sprunghügel man am Lenkrad fühlt und man weiß direkt, wo man ist. Man braucht keine einzige Sekunde überlegen, wenn man die Nordschreife kennt. Wenn man das SLS-Cockpit noch anguckt, dann fährt man die ersten Runden mit seinem eigenen SLS über die Nordschreife. Und jetzt wird es richtig schnell. 571 PS hoch zum Schwedenkreuz. Ist nicht auf die Wiese. Auf die Wiese wird es schwierig. Aber jetzt über die Kuppe, das ist der Hammer. 270 normalerweise. Das war zu schnell. Aber unser SLS läuft doch auf der Wiese. Gott sei Dank. Der Spieleentwickler Yamauchi von Gran Turismo hatte wahnsinnig viel Spaß mit unserem SLS über die Nordschreife zu fahren und Eindrücke zu sein. Er hat die Strecke gut gekannt, ist auch wirklich gute Rundenzeiten gefahren und hat auch unglaublich gute Aussagen über das Auto gemacht. Er war sehr zufrieden und das hat uns am meisten natürlich gefreut. Wenn man auf der Nordschreife rennen fahren will, dann muss man einfach 100 Runden vorher gefahren haben, bevor man die Strecke kennt. Vor allen Dingen an den schnellen Stellen wie Fuchsröhre, Flugplatz, Schwedenkreuz, nicht maximales Risiko gehen. Lieber am Anfang ein bisschen zurückhalten fahren, denn mit 571 PS über die Nordschreife ist eine große Herausforderung. Wir von AMG haben gewusst, wenn wir ein Auto haben, das sich auf der Nordschreife gut handeln lässt, dann haben wir ein gutes Auto gebaut. Der beste Sportwagen, den ich je gefahren habe und ich habe ja schon einige Sportwagen gefahren. Wir haben das Auto gebaut, wenn wir ein Auto gebaut haben. Wir werden das Auto-Cres instituciones darauf behandeln, weil dieser Steine gut locker sind und wir sind. Das Auto ist fertig und funktioniert.